Vom Osterhasen bis zum Weihnachtsmann bekommt bei Schokal jede Schokoladenfigur die passende Kleidung auf den Leib geschneidert. Dabei werden die hochwertigen Aluminiumverpackungen besonders hygienisch im Bördelverfahren angelegt. Im Gegensatz zur konventionellen Wickeltechnik bietet Schokal eine wesentlich robustere Verpackung, wovon auch die Lesbarkeit der Aufdrucke profitiert. Auf Wunsch können die Verpackungen auch dicht versiegelt werden, sodass bei höheren Temperaturen keine geschmolzene Schokolade austritt. Auch komplette Verpackungslösungen werden angeboten. Von der Idee über das Design bis zur Maschinenentwicklung und Serienproduktion. Schokal steht für kreative und innovative Produktideen. So stammt etwa das Verpackungsdesign für den ersten essbaren Energydrink aus eigener Hand. Ebenfalls zum Angebot zählen flexibel einsetzbare Maschinen zum halb- oder vollautomatischen Verpacken, die sich durch hohe Wirtschaftlichkeit und Effizienz auszeichnen. Schokal – Verpackung mit Profil Gutten Heide Korin Persön consistent Bes洯